Helfenberg liegt in einem Taleinschnitt. Entlang der steinernen Mühl drängt sich das Dorf. Austria, Upper Austria, zwischen Weißenbau und Horsloch. Zur Oberflächenvergrößerung hat man auch die Bergschrägen bebaut. Am 4.7.2020, weil ich in den ersten Urlaubstagen noch immer automatisch um 5 Uhr aufwache, habe ich mich um selbige Zeit auf eine Erkundung begeben. Blechdächer Krähen Schieferdächer Stromleitungen, natürlich schräg Straßen Wellig wegen der Oberflächenvergrößerung Moderne Technik Und natürlich der Friedhof Neben der Barockkirche Neben der Barockkirche Textilfabrik 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 Haus mit Sonnenuhr Haus mit Sonnenuhr Textilfabrik Textilfabrik Textilfabrik